Wie setze ich die 3x10-Strategie von Finanztip um, also LIFO statt FIFO? Welche Erfahrungen habe ich bei einem Wechsel meines Wehrpapierdepots gemacht? Und wie gehe ich damit um, dass jetzt in 2024 die Zinsen auf meinem Tagesgeldkonto wieder sinken? Das sind ein paar der Fragen, die ich mir selbst zum Jahreswechsel hier stelle. Und deswegen gibt es heute Saidi Senf zu Saidi. Viel Spaß dabei. Also fangen wir an mit 3x10-Strategie. Wem das nichts sagt, dem empfehle ich dieses Video hier. Es geht schlichtweg darum, dass auch ich mir Gedanken darum mache, wie kann ich später meine ETFs, meine ETFs plural, rückwärts entsparen. Also mehrere ETFs anlegen. Hintergrund ist, ich habe schon ein bisschen länger mit dem ETF-Sparen angefangen. Nämlich seit zufälligerweise ziemlich genau 10 Jahren. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ungefähr 2013 müsste ich zum ersten Mal ETFs gekauft haben. Und es war immer der gleiche ETF, nämlich MSCI World. So, und dann habe ich unsere Berechnungen, nämlich, dass man da schon bei dem malen Standard-Depot mehrere 10.000 Euro mehr rausholen kann, dadurch, dass man Steuern erst später zahlt. Na, das will ich auch mal umsetzen. Abgesehen davon, dass ich deutlich mehr in den ETF-Sparplan einzahle als so der Durchschnittsverdiener. Und damals haben wir ja 28.000 Euro für so einen Durchschnittsverdiener ausgerechnet an Steuervorteilen. Also habe ich mir gedacht, hey Saidi, das machst du doch einfach mal. Stellst deinen ETF-Sparplan um. Das hat auch was mit meinem Depot-Übertrag zu tun, aber da komme ich gleich noch dazu. Mit anderen Worten, ich lasse jetzt meinen einen MSCI World ETF, eigentlich sind es zwei, weil ich hatte zwischenzeitlich mal auch einen anderen MSCI World ETF bespart. Schlichtweg, weil es da zwischenzeitlich mal einen kostenlosen Sparplan gab. Ja, vor ein paar Jahren war das noch nicht so selbstverständlich, dass ETF-Sparpläne kostenlos sind. So, die lasse ich jetzt einfach liegen und bespare jetzt, Trommelfeuer was, den Vanguard FTSE All World ETF. In der thesaurierenden Accumulating Variante, weil natürlich ich auch mir sozusagen keinen Stress machen will mit irgendwelchen Ausschüttungen. Und ja, meinen Sparerpauschbetrag, den habe ich seit einigen Jahren schon ziemlich voll ausgenutzt. So, warum jetzt FTSE All World statt MSCI World? Erwarte ich mir davon eine höhere Rendite? Nein, nicht wirklich. Es ist einfach nochmal ein bisschen mehr Streuung, ein bisschen mehr Diversifikation. In Freien Nacht ein Motto, ja. The only free lunch is diversification, mit anderen Worten. Das ist die einzige über Rendite, die du erzielen kannst. Aber erwarte ich jetzt wirklich davon in dem Sinne eine Überrendite, eine Mehrsicherheit, dadurch, dass ich dann gute 10% Schwellenländer drin habe? Nein, es kann passieren, es kann nicht passieren. Am Ende weiß keiner, ob jetzt mein MSCI World ETF oder dann mein FTSE All World ETF besser laufen wird. Und ganz deutlich, ja, weil ihr euch das immer wieder fragt, am Ende wird der Unterschied nicht so groß sein. Denn nicht zu vergessen, zu 90% ist das nochmal das Gleiche. Um es nochmal klarzustellen, natürlich liegen die ETFs dann alle auf einem Depot. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ich kann mir dann sozusagen hinterher, wenn ich dann mal Richtung Rente gehe, die ETFs rückwärts entsparen. Und muss mir halt jetzt sozusagen merken, das habe ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben, aber ich könnte es natürlich auch in den Daten in meinem Depot nachlesen, dass ich jetzt den FTSE, den Vanguard erst später angefangen habe zu entsparen. Und es ist übrigens auch kein Problem, jetzt A, mehrere ETFs da drin zu haben, alle irgendwie 0,2% Kosten, großen Ordnung. Also ob ich jetzt 2, 5 oder 20 ETFs mit allen 0,2% Kosten habe, macht nicht mehr Kosten, macht die ganze Sache nur ein bisschen unübersichtlicher. Und es ist auch kein Problem, jetzt einmal MSCI World, einmal All World im Depot zu haben. Es ist halt eine leichte Verschiebung jetzt Richtung Schwellenländern. Und im Moment macht das praktisch gar nichts aus. Nächste große Neuigkeit, nein, so groß ist sie nicht. Ich habe den Depotanbieter gewechselt. Ich bin damals noch der alten Empfehlung von Finansip gefolgt, nämlich Smart Broker. Das war so einer der ersten Neu-Broker, damals auch wirklich mit einem guten Angebot und einem sehr günstigen Depot für damalige Verhältnisse. Aber muss man schon auch ehrlich sagen, mit einer ziemlich veralteten Benutzeroberfläche. Das hat mich aber nie gestört, weil bekanntermaßen, wisst ihr ja, schaue ich nicht besonders oft in mein Depot, so gefühlt zweimal im Jahr, wenn es überhaupt ist. So, aber jetzt zieht Smart Broker ja seinerseits um. Wechsel von Smart Broker zu Smart Broker Plus zur Bader Bank. Dieser ganze Umzug war mir eh schon ein bisschen suspekt und mir war auch nicht so ganz klar, wie die Konditionen sein sollten. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt folgst du doch einfach mal wieder den Empfehlungen von Finansip und bin zu Scalable Capital gewechselt. Und dort habe ich jetzt auch bei Scalable Capital einen Depotübertrag von Smart Broker beauftragt. Das ging sehr erfreulich einfach, nämlich vor allen Dingen papierlos. Das ist mir ziemlich wichtig, denn gerade in der Welt von Smart Broker, da geht das eine oder andere dann halt doch noch über PDF und mit Unterschrift und so weiter. Und das hat bei Scalable Capital die Beauftragung sehr, sehr gut funktioniert. Das war erstmal reibungslos. Bloß, dass ich dann, wie das halt so ist, ziemlich lange dann nichts davon gehört habe. Und so nach zwei Wochen fragt man sich halt schon, was denn jetzt mit so einem Beauftragten-Depotübertrag eigentlich mal ist. Dann habe ich dort nachgefragt, erstmal keine Antwort bekommen. Aber siehe da, nach zwei Wochen und fünf Tagen, ganz genau, waren dann die entsprechenden Stücke, also die ETF-Anteile bei Scalable Capital von Smart Broker eingetroffen. Das Ganze hat natürlich nichts gekostet. Ich habe auch gleich nachgeschaut. Es war auch alles übertragen. Das fragt man sich ja auch. Ist natürlich bei dem Übertrag von der Deutschen Bank zu der Deutschen Bank, kann man das auch so erwarten, dass das alles funktioniert. Ich habe dann auch nachgeschaut. Sind alle Anschaffungsdaten vorhanden? Das sieht zumindest so aus. Wobei in dem Dokument jetzt sowohl die einzelnen Kaufdaten, also sprich jede einzelne Sparplanrate von mir, aufgelistet war mit Datum. Es standen bloß die Anschaffungskurse nicht da. Das habe ich jetzt nochmal nachgefragt, dass das auch sicher auch bei Scalable Capital gespeichert ist. Denn das ist natürlich total wichtig. Warum? Für die Steuerberechnung. Irgendwann, wenn ich dann an das Geld mal in, ich weiß es noch nicht, 15, 20 Jahren oder sowas in der Richtung mal langsam ran will, dann wird die Steuer auch richtig berechnet wird. Ich habe aber trotzdem in meinem alten Smart Broker Depot mir die Unterlagen nochmal gesichert, also auch dort die Kaufdaten einfach mir auf meine private Cloud gezogen, um da sicher zu gehen, dass die Steuer auch in Zukunft richtig berechnet wird. Was ich tatsächlich nicht weiß ist, ob ich an meine MSCI World ETFs in dieser Zeit rangekommen wäre, beziehungsweise wie lange ich nicht rangekommen wäre. Weil ihr müsst euch das ja so vorstellen, die werden von Smart Broker ist gleich DAB zu Scalable Capital ist gleich Baader Bank übertragen. Auf dem Postweg kommt ihr quasi sozusagen da nicht dran. Natürlich musste ich an meine ETF-Anteile auch gar nicht dran. Ich hatte nicht vor, da was zu verkaufen, aber das muss man sich vor so einem Depotübertrag schon mal klar machen. Bleibt noch ein To-Do jetzt über den Jahreswechsel, das alte Smart Broker Depot zumachen. Das hatte ich übrigens bei Scalable Capital mit dem Depotübertrag beauftragt, dass dann das alte Depot gelöscht wird. Das ist bis jetzt zumindest nicht passiert. Mal schauen, ob das noch passiert oder ob ich das sozusagen jetzt noch eigenhändig dort bei Smart Broker-DAB kündigen muss. Für mich steht jetzt zum Jahreswechsel auch mein eigener Jahrescheck an. Die Vermögensaufstellung bei mir ist relativ übersichtlich, weil das ist eben nicht so kompliziert, weil ich setze natürlich auch selbst das Viertöpfe-Prinzip von Finanztip um. Das heißt, im Wesentlichen habe ich halt mein ETF-Depot und mein Tagesgeldkonto, wobei ich dann auch festgestellt habe, hey, ist die Idee, da hat sich ja doch schon wieder ganz schön ordentlich was auf dem Tagesgeld angesammelt, wie das halt manchmal so ist. Und jetzt ist natürlich die Frage, was mache ich damit? Das Tagesgeld habe ich übrigens jetzt im letzten Quartal zur C24-Bank umgezogen, weil die zu kurzfristig da ein relativ interessantes Angebot über 4% Zinsen hatten. Das aber, Achtung, jetzt zum 31.12. endet und der Zinssatz auf 2,5% runtergeht. Soviel zum Thema auch nächste Zinswende. Jetzt stellt sich für mich auch die Frage, was mache ich denn eigentlich da und wie viel sollte ich zum einen auf dem Tagesgeld halten? Da steht für mich schon eine relativ große Ausgabe demnächst an. Mein Auto ist dann doch ziemlich in die Jahre gekommen und das kann halt jederzeit passieren, dass da eine große Reparatur ansteht, die sich nicht mehr lohnt. Mit anderen Worten, ich ein neues Auto anschaffen muss. Und der Punkt ist jetzt schlichtweg, dass ich mich entscheiden muss, ich brauche bestimmt wieder ein neues Tagesgeld. Natürlich brauche ich immer ein Tagesgeld, schon allein für meine Notgroschen und tendenziell auch das, was ich für ein Auto ausgeben wollen würde. Aber, da zeigt sich halt schon die Qualität unserer Empfehlung, eigentlich geht mir das auf den Nerv, dieses dauernde Gewechsel von Tagesgeldkonten. Das habe ich früher öfter gemacht und das hat sich jetzt die letzten Jahre sozusagen erledigt gehabt, weil es überhaupt keine Zinsen aufs Tagesgeld kamen. Und jetzt geht das wieder los und ich habe mich sozusagen davon entwöhnt und eigentlich geht mir das, wie gesagt, auf den Nerv, da jetzt dauernd wechseln zu müssen. Also werde ich mir demnächst auch einen Geldmarkt-ETF ins Depot legen, wo ich dann wahrscheinlich auch einen wesentlichen Teil meines Tagesgeldkontos hinschiebe, um das sozusagen als Sicherheitsbaustein im Depot zu haben. So ganz grob strebe ich immer ungefähr eine Aufteilung bei mir, 75% insgesamt im Depot im Vermögen von Aktien an, also insgesamt von meinem Vermögen 75% in Aktien zu haben und 25% auf dem Tagesgeld. Für diejenigen, die das verpasst haben, unsere Empfehlung da, ein Geldmarkt-ETF ist ein ETF, der in kurzfristig verzinste Wertpapiere investiert beziehungsweise die eigentlich abbildet, denn in aller Regel sind das synthetische ETFs. Das heißt, da wird die Wertentwicklung über eine andere Bank zugesichert, ist aber entsprechend besichert und das sind wirklich sichere ETFs, die sich am allgemeinen Zinsniveau orientieren. Das heißt, auf gut Deutsch gesagt, mit so einem Geldmarkt-ETF kriegst du das, was so gute Tagesangebote, vielleicht nicht die allerbesten, immer bringen, wo all der Zins sich orientiert. Die werden jetzt, wenn die Zinsen eben sinken, das sagt ja der allgemeine Markt, auch wieder nach unten gehen. Aber der große Vorteil ist halt, du musst nicht dauernd wechseln und darüber hinaus, wenn man mehr als 100.000 Euro da auf dem Tagesgeld beziehungsweise auf dem Geldmarkt-ETF hat, dann unterliegt man nicht irgendeiner Einlagensicherungsproblematik. Ja, das Geldmarkt-ETFs, genau wie Aktien-ETFs, sind Sondervermögen. Das heißt, wer von euch da auch mehr parken will, in meinem Fall ist es nicht der Fall, der kann da auch mehr parken als 100.000 Euro. Was ist noch zu tun für mich jetzt über den Jahreswechsel? Ja, so ein paar kleine alte Leichen hat Saidi auch noch im Keller, denn tatsächlich, großer Reveal, ich habe auch noch einen offenen Immobilienfonds. Unglaublich, ja. Aber den habe ich vor vielen, vielen Jahren, ja, vor 2013 mal angelegt und habe mich nie wieder darum gekümmert, ja. Auch ich kriege das mit Simplify Your Money nicht optimal hin. Denn da liegt noch ziemlich wenig Geld drin und dann wird es jetzt endlich Zeit, das endlich mal rauszuholen. Da ich den bereits vor 2013 gekauft habe, kann ich die 30.000 Euro, ja, da liege ich weit drunter, problemlos ausnutzen. Das heißt, ich kann bis zu 30.000 Euro pro Halbjahr an den Fondsanbieter zurückgeben und das werde ich jetzt dann auch endlich mal tun. Ich war schlichtweg bis jetzt zu faul, das zu tun. Jetzt kam gerade hier im Studio die Frage auf, hey Saidi, was machst du denn da eigentlich mit deinem Auto, wenn das denn fällig wird? Also zunächst mal, ja, ich habe vor, mein altes Auto weiterzufahren, so lange eben, wie es noch hält, beziehungsweise bis ich so viel eine Reparatur investieren möchte, dass es sich einfach nicht mehr lohnt. Und dann ist die Frage, was für ein neues Auto würde ich mir anschaffen? Also abgesehen davon, dass es bei mir als Vater auch groß genug sein muss, um auch entsprechend Kinder und Gepäck da zu transportieren, würde ich grundsätzlich schon mir denken, dass ich auch auf ein E-Auto umsteigen könnte, wenn denn bei mir, und das ist gerade noch in Diskussion sozusagen bei mir zu Hause, ich bin ja Mieter, die entsprechenden Lademöglichkeiten vorhanden wären. Und dann würde mich eigentlich interessieren, ob ich nicht, weil ich eben grundsätzlich eher keine neuen Autos kaufe, nicht sogar ein gebrauchtes E-Auto mir zulegen könnte, ja, um eben diesen Verlust bei Neuwagen auch da schon wegzunehmen, beziehungsweise auch das Risiko zu minimieren, dass ein neues E-Auto durch den technischen Fortschritt sehr schnell an Wert verliert. Aber ist auch klar, der Markt, der sieht da ziemlich schwierig aus, das heißt, das dürfte für mich dann schon einiger Aufwand werden, da ein passendes Auto für mich auch in der entsprechenden Größe zu finden. Das heißt, das ist tatsächlich noch so eine unklare Entscheidungslage, die irgendwann auf mich zukommen wird. Und ich kann noch einen emotionalen Punkt für mich hinzufügen, Leasing kommt für mich nicht in Frage, denn mit Leasing habe ich schon so einige meiner Erfahrungen gemacht und leider auch negative Erfahrungen. Das heißt, rein vom Emotionalen, ich will mir die Schwierigkeiten bei einer Leasingrückgabe, nämlich zu diskutieren, ob ich diesen, den und den Kratzer dann noch bezahlen soll, den will ich mir nicht antun. Das heißt, ich werde ein Auto definitiv bar kaufen, aber wie gesagt, kein neues, sondern suchen einen relativ jungen, gebrauchten zu einem vernünftigen Preis, egal ob jetzt Verbrenner oder Stromer zu finden. Und klar, bevor ihr mir das in den Kommentaren vorwirft, dass natürlich auch bei einem Verbrenner ich einen entsprechenden Wertverlust durch den technischen Fortschritt bei den Stromern in Kauf nehmen muss, das ist mir auch nicht klar. Und einen Punkt habe ich noch, den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Das ist ja so ein Spruch, den ich in letzter Zeit öfter mal bringe und das trifft bei mir auf den Handyvertrag zu. Und nein, ich sage eben nicht, dass ich den dringend wechseln müsste, denn ich habe tatsächlich nur sechs Gigabyte Datenvolumen, die ich aber, mit denen ich meistens auch total gut auskomme. Also, ja, natürlich könnte ich dir mal ein paar Euro sparen, aber allein schon, dass ich das euch jetzt hier im Video erzähle, verbraucht eigentlich zu viel Lebenszeit. Das ist tatsächlich so ein totaler Nebenkriegsschauplatz. Da gibt es andere Sachen, mit denen ich mich eher beschäftigen sollte. Also, um nochmal den Punkt klarzustellen, wenn ich tatsächlich mit den sechs Gigabytes dauerhaft nicht zurechtkommen würde, natürlich bräuchte ich da einen neuen Handyvertrag. Aber mir jetzt um fünf Euro Ersparnis oder irgendwas in der Größenordnung im Monat Gedanken zu machen, da steht die Zeit bei mir einfach nicht dafür. Und ganz heiß gibt mir Leo noch zwei Fragen aus der Community rein. Einmal TimLinden698 fragt, wie oft ich auf der Straße erkannt werde und ob mir das schon unangenehm ist. Nee, so oft ist es Gott sei Dank nicht. Ich würde sagen, es ist so circa ein bis zweimal die Woche und es ist eigentlich immer total positiv. Meistens so in der U-Bahn oder irgendwas wird mal angesprochen und jemand bedankt sich für den Content. Finde ich total super. Was ich immer versuche an der Stelle übrigens zu fragen, ist, woher die Leute dann eigentlich Finanzdip kennen, denn nicht alle schauen ja YouTube-Videos. Manche kennen vor allen Dingen unseren Newsletter. Viele surfen einfach auf der Webseite und einige hören auch meinen Podcast Geld ganz einfach mit E-Mail. Und zum Schluss noch die Frage von Colli Schmock. Senf? Süß, mittel oder scharf? Und jetzt kommt's. Ich mag überhaupt keinen Senf. Ich gebe nur gern meinen Senf dazu. In dem Sinne, macht's gut. Ich hoffe, ihr kommt gut ins neue Jahr. Bis bald. Euer Soidi.